Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier heute ein Beher... Na Spaß, also der ist natürlich von einem anderen Mädchen. Das soll Christine jedenfalls denken. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Ich werde ihn einfach gleich irgendwo in der Couch verstecken. Ich werde jetzt sagen, wann sie heute darauf reagieren wird, denn dieses Video endet, wie sie ihn hier gefunden haben. Und übrigens Leute, der CM ist jetzt nur noch bis zum 1.12. und erhält dich. Erster Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Na? Oh Gott, Mord. Wir haben viele Klopfen genommen. Oh, nee, aber nächstes Mal. Schützt dich. Es ist zu warm hier. Immer wenn ich vom Haut auskomme, ist meine Haut so rot. Hm, komm mal. Oh, Junge. Hallo, heute will ich irgendwas dann aufgeben, oder? Ja, das wird dann wieder sein. Nice. Was warst du noch? Äh, Weihnachtsgeschenke. Ach, das ist von gestern Abend? Mhm. Okay. Was ist denn das so schnell hinzubekommen? Ja. Frühjahr. Aber dafür heute, guck mal, das Wetter ist geil. Ja, aber es ist schon eins. Ja. Dann gibt's Video und Bild und dann ist früh der Dunkel. Richtig schlafen. Ja. Hunger? 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 Noch nicht. Du? Können wir schlafen. Was? Was? Weiß ich nicht. Meinst du nicht gestern, wo ich mir noch holen? Ja. Aber später werden wir Anti-Abkommen. Ach, stimmt. Ja, okay. Warum ist es auch warm? Sonne und ich hier. Mhm. Ich schlaube es noch. Ja. Echt? Ja. Keine Ahnung. Frau Hol, mach du lieber mal Couch. Okay? Okay, ich sauge aber noch. Ich habe keine Lust auf Couch. Ja, ich sauge aber noch. Saugen? Ja. Habt ihr mich gestern gesorgt? Ja. Wir haben gefühlt den Kass. Ja. Nee, geil. Aber es macht auch Spaß. Ja, es ist ja nicht so. Sonst warte ich nicht mehr in Sorge. Ich mach. Nee, nee. Nein, nein, nicht. Wolltest du nicht? Kann man auch noch was machen? Nein, nein. Ich mag das nicht, wenn es auch unordentlich ist. Glas reinigen? Ja. Muss auch sauber machen. Ja. Und weil du das nicht machst, mach ich jetzt. Ne? Ja, ich fang schon mal ein bisschen hin. Cool. Lass mich das mit Glas reinigen machen, du machst sofort. Nee, ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Ich weiß, wie du das machst. Ja, ich mach es ordentlich. Kannst du die Sachen da runternehmen? Mach mal erstmal Couch bitte. Ich möchte erst, dass die Couch ordentlich ist. Warum sieht es hier überhaupt so aus? Weiß ich nicht. Bei der Decke war nicht ich. Ich mach die mal ordentlich. Wie setze ich auf? Ach, das war nicht ich. Lass das alles runter? Sack vom Tisch runter? Sack vom Tisch runter? Ja. Alles vom Tisch runter? Ja. Warum haben wir noch gleich einen Glastisch? Was ist das? Was? Ich muss nicht hier holen. Schwierig. Hast du noch irgendwas empfehlen? Nee. Aber wäre schön, wenn du das Sofa sauber machen würdest. Che mal. Mach ich doch. Du noch sauber. Nein, ich mag... Nein, mach du ruhig. Ich würde das dir heute machen. Du kannst den Esstisch auch fahren. Also das ist mein Stativ darunter. Oh, muss ich auch hier? Noch gleich. Hast du den eigentlich? Nee. Der BH. Hab ich noch nie bei dir gesehen. Ist auch nicht meiner. Echt? Was hast du gemacht? Wessen ist das? Meiner wohl kaum. Ich weiß. Wessen ist das? Weil nicht das ist der von deiner Mama. Wo ist die Kamera? Warum ist der von deiner Mama? Weiß ich doch nicht. Schreibst du den Namen drin? Wo ist die Kamera? Schreibst du den Namen bei dir rein? Nee. Denkst du andere Mädchen machen das? Nee. Ich glaube ich muss die nochmal anschreiben. Vielleicht. Was ist das? Guck dir jetzt aus der Hand. Ich schenke sie dir. Ich glaube die andere habe ich nicht vergessen. Das ist doof. Was ist das? Du hast den Namen gelegt, ne? Ich glaube das Video ist an der Schnittsendet heute. Lass gerne nochmal oben da. Ich weiß nicht, dass die jetzt Filme laufen. Ich glaube ich wollte einfach nur... Sind die Kamera kaputt? Ja, ich wollte nochmal gucken. Ich wollte nur gucken wie doch ein BH reagiert. Du hast den nur von deiner Mama da hingepackt. Warst du bei H&M oder was? Nein. Ich habe bei H&M was bestellt und dann habe ich das in die Bestellung reingeschmuggelt. Das ist doch doof, ne? Was ist denn neu? Du kannst es gerne haben, wenn du möchtest, wenn du passt. Also ich nehme ihn nicht. Haben wir mal getragen? Bitte? So, tschüss. Bis zum nächsten Mal.